Mit Digital Audio ein Programm auseinanderzusetzen, auf einer Ebene, wo ich sie auch mehr verstanden habe, bestimmte Sachen, die ich vielleicht so nicht gewusst hätte und dann vielleicht schneller gescheitert wäre und das aber auch hingenommen hätte, nicht hingenommen habe. Und mit Harry zusammen wir auch Sachen nicht hingenommen haben, sondern Internetseiten durchklicken und gucken, ob wir jetzt eine Lösung dafür finden, damit es auch so klingt, wie wir das wollen. Wie man einen Anfang findet, das denke ich, war auf jeden Fall gut. Und dann halt auch mit Musikstücken zu arbeiten, die man nicht von Grund auf selber gemacht hat, sondern was zu kreieren aus einem Musikstück, was von einer anderen Band ist oder von einem anderen Künstler. Mindestens einen der Songs nutzen, um mich bei einer Uni zu bewerben. Also das sind halt, das ist quasi wie so ein Arbeitszeug, das ist von dem, was ich... Man lernt vor allen Dingen für mich mit Vocals umzugehen bei sowas, weil wenn man alleine für sich da sitzt und ohne Vocals, Techno, House, was weiß ich was, oder wenn so ein, zwei Vocals handles das machen, ist das noch auch was anderes, als wenn man mit so einem Blog aus Vocal-Dateien arbeitet.